Ja, es ist schon wieder Silvester. Silvester 2015. Gerade war das Silvester 2014. Ja, so schnell geht die Zeit. Mein Jahresbericht für 2014 habe ich nun auch erst fertiggestellt. So geht das. Ja, wie war denn das früher? Früher, ja, da habe ich mich noch mehr verkleidet, aber auch mit so einer Maske oder so einer ähnlichen Pappmaske, die ich bei Hempel gekauft habe. Und dann habe ich ein langes Kleid angezogen von meiner Mutter. Das ging bis auf die Erde und hat tot schick aus. Und so sind wir dann, als die anderen Kinder auch, zum Rummelpack laufen gegangen. Und mein Spruch war immer, haben Sie nicht mehr kleine Stände für mich und meine Frau. Wir haben 99 Kinder und einen kleinen Holzbaubau. Hu, hu, hu. Ja, und dann gab es immer Süßigkeiten. Manchmal gab es auch ein Taler. Und das war ein feines Silvester. Mir fehlt es ein bisschen. Ich wünsche euch allen, und Jürgen auch. Jürgen, sag mal was. Piep. Ein gutes neues Jahr. Möge es frisch, frisch, friedlich und gesund und überhaupt ein tolles Jahr für euch alle sein. Tschüss. Ich meine auch, es soll friedlicher werden.